Musik Kärntnerisch-Steirische Hubertusmesse im Dom des Waldes auf der Hebalm. Die Jägerschaft veranstaltete am 25. September 2021 eine kärntnerisch-Steirische Hubertusmesse im Dom des Waldes auf der Hebalm. Die Messe mit der Segnung der Hubertus-Statue, geschnitzt von Hubert Griesstandl, wurde von einem Chor und von der Jagermusi aus Volzberg umrahmt. Nach einleitenden Worten von Bezirksjägermeister Johann Hansbauer und dem Segen des Pfarrers wurde die Statue ihrer Bestimmung übergeben. Der Segnung und der Heiligen Messe wohnten zahlreiche Gäste und vorbeikommende Wanderer bei. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Musik 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 Musik